Tag zusammen! Heute wieder mal eine Folge aus dem endlosen Chor der heiligen Geschichten. Zum Beispiel am letzten Donnerstag, also vorgestern, feierte die Kirche den Gedenktag der heiligen Corona. Richtig! Das arme Mädchen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus, eine Märtyrerin aus Ägypten. Vor dieser verrückten Zeit kannte sie doch keine Sau. Jetzt ist sie in aller Munde. Aber ich wollte eigentlich nicht über die heilige Corona sprechen, sondern erzählen von einem der Eisheiligen, die wir ja in dieser Woche feiern. Am Anfang der Woche gab es wohl keinen Wetterdienst, der seinen Bericht nicht mit dem Satz begann, pünktlich zu den Eisheiligen gibt es hier bei uns einen gewaltigen Temperatursturz. Däh! Und einer dieser Eisheiligen ist der heilige Pankratius. Man weiß nicht viel über ihn, aber was man über ihn weiß, ist spannend genug. Und ich beginne mit einer Quizfrage. Achtung! Warum gab es in den Kirchen erst ab dem 16. Jahrhundert Orgeln? Und warum ist bis zu dem heutigen Tag in keiner orthodoxen Kirche ein Orgelinstrument? Nun, die meisten werden vielleicht sagen, ja, weil es damals noch keine Orgeln gab. Falsch! Die Orgel gab es schon in der Römerzeit. Und damit sind wir beim heiligen Pankratius. Warum? Pass auf! Im Kolosseum zu Rom stand eine gewaltige Orgel. Und so wie heute bei den Eishockey-Spielen immer wieder quäkend eine Hemmendorgel zur Aufheizung des Publikums dazwischen spielt, So war es auch damals bei den grausamen Festspielen im Kolosseum, wenn es um Leben und Tod ging und wenn Menschen zur Erheiterung des Publikums von wilden Tieren zum Beispiel zerrissen wurden, Dann brauste immer wieder mal zur Aufheizung und zum Anheizen des Publikums der Klang der mächtigen Orgel im Kolosseum. Und da, ja, zahllose Christenmenschen im Kolosseum ihr Martyrium erleiden mussten, War für die ersten Christen der Klang einer Orgel immer verbunden mit dem grausamen Tod der Märtyrer. Der Klang einer Orgel war also für sie der Todesgesang, der Todesklang. Deshalb war Orgelmusik in den Kirchen viele, viele Jahrhunderte tabu und bei den Orthodoxen bis heute. Erst durch die Reformation fand die Orgelmusik ihren Weg in die Kirchen, Gott sei Dank. Sie ist ja die Königin der Instrumente. Und was kann die Orgel dafür, dass die Grausamkeit der Menschen keine Grenzen kannte und kennt und dass ihre Musik, die Musik der Orgel, als Begleitung für Todesfestspiele an Menschen missbraucht wurde. Ein 14-jähriger Junge steht im Jahre 304 im Inneren des Kolosseums. Die Menge tobt, die Todesorgel braust, die ausgehungerten wilden Tiere werden in die Arena gelassen. Dieser 14-jährige Junge aber ist unglaublich tapfer. Wie der Gekreuzigte breitet er seine Arme aus und empfängt tapfer den grausamen Tod. Das muss die Leute damals so beeindruckt haben, dass sie sein Grab, was an der Via Aurelia zu Rom, also Fiori Lemure, also vor den Mauern, dort waren die Gräber. Sie haben sich die Stelle seines Grabes gemerkt. Und als die Kirche Staatsreligion wurde und die ersten Christen ihre Kirchen bauen konnten, wurde im Jahr 500 über dem Grab dieses tapferen 14-jährigen Jungen eine Kirche errichtet. Der Name des Jungen war Pankratius. Und sein Grab und seine Geschichte künden von dem, was das innerste Wesen unseres Glaubens ist. Die österliche Botschaft, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Von der Glut von Ostern war dieser junge Knabe erfüllt. Dieser Osterglaube gab ihm die Kraft und den Mut, tapfer in den Tod zu gehen. Und deshalb, lieber Pankratius, bitte für uns schwache Menschen und auch für mich schwachen Menschen, dass mein Glaube an Ostern, mein Glaube an die unsterbliche Seele und mein Glaube an Gott, der uns nach unserem Tod zu sich holt, dass mein Glaube immer stärker wird. Denn im Garten des Lebens ist dieser Glaube der beste und tiefste Dung. Heiliger Corona und Heiliger Pankratius und alle Eisheilien bittet für uns, sagt der Bergische Jungen.